halli hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim opa gamer zu einer weiteren folge raft ich habe jetzt offline ein wenig rum gesucht um die kugel zu finden und es ist extremst überraschend was mir hier als kugel vorgesetzt wurde es hat wirklich eine weile gedauert ich habe wieder alles abgesucht und ich habe die kugel gefunden ja die kenner unter euch die wissen natürlich bescheid aber für mich war es schon überraschung aber damit kommen wir weiter irgendwo hier stand das ding hinweis okay das sah das letzte mal anders aus aber es ist mir egal ich habe das ding moment ich muss mal ganz kurz tschuldigung etwas weit von meiner tastatur weg ich hoffe so es geht noch so ja naja sollte man eigentlich alles vorher machen aber okay so ich habe jetzt das ganze zeug jetzt muss ich glaube ich noch mal runter in das in den ersten stock das mache ich das aber so schon imposant mensch hiffchen und noch ganz schön ausbaufähig gehe natürlich hier rum er sollte eigentlich keine ratte auftauchen hier so ein ding wäre doch gut fürs floß so jetzt so nicht lang hier rum lang genug hier rum geeiert ich habe mich hier doof gesucht aber diese kugeln sahen das letzte mal aus wie eine flasche so habe ich das nicht so ganz kapiert ist mir aber egal nein die ist oben irgendwo hat so jetzt habe ich die bombe das heißt aber trotzdem dass ich wieder ganz hoch muss also werde mir doch noch einige ratten begegnen hier jetzt frage ich mich nur wie ich diese bombe verwende ohne damit selbst zu sterben so wo war noch mal das trippenhaus ich glaube hier genau hier kommt mit sicherheit einer und ich bin ja ja das vielleicht immer noch gerne mit so dann nächste treppe ist hier ich bleibe jetzt auch hier nicht mehr lange rum stehen folgen wir mal dem genau das war die hier so und hier oben ist doch schon dass die tür die wir auch sprengen müssen irgendwie oh 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 hübsch ich bin sicher was habe ich gerade gesagt dass sie das aussieht sieht aus wie das waren rudern das wenn motor das ist die nächste insel dann so und schrott nehmen wir mit was haben wir eigentlich noch am platz das ist die nächste insel dann so und schrott nehmen wir mit was haben wir eigentlich noch am platz jede menge ich habe auch noch das heißt ich habe jetzt den hinweis ich habe den motorbauplan ich habe das oder der ruderbauplan das heißt wir sind dann gar nicht mehr abhängig von wind oder so guckt nur noch der form halber hier rum was hier noch so alles rum liegt okay ich würde sagen den schrott nehmen wir noch die kiste natürlich auch mit was kann man hier kokosnuss schlag okay das war doch mal was ne essen habe ich auch dabei noch ja kann erstmal das erstmal erstmal zuerst ja ein paar gutes deutsch das noch das bringt platz ich höre schon wieder eine ratte überreste ich mache ich mal ganz schnell weg die will ich gar nicht haben bewaffnen uns mal wieder und ich wollte ich wollte ein globus bauen also wirklich aber keiner gesehen gut ja ich würde sagen kommen wir gehen kurz den weg im prinzip habe ich alles was ich brauche kurzer weg ist okay aber hier könnte der falschen seite sowieso so läuft so kokosnuss schlag heißt das gute gedrängt da aber ich habe das zwar gehabt aber ich habe keinen rezept dazu so ja tschüss du schiff was mich jede menge zeit gekostet aber okay da kam irgendwie ein update das sind ja ganz andere bilder und deswegen ist auch das die kugel da jetzt als munition hingestellt worden hingestellt worden gibt es da sonst noch was okay okay alles wieder auf anfangen bevor ich jetzt hier rum mache großartig ja zwei kartoffeln habe ich hier noch die machen wir hier rein 15 kartoffeln das sieht doch gut aus können wir jede menge super kochen okay so hier machen wir wieder wo hat er da hinten in der ecke dann würde ich sagen gucken mal wo der wind wird darüber so und versuchen wir hier über der insel weg zu kommen kann sein dass ich hier mal rudern muss paddeln natürlich muss der weg so also hier rundum haben wir schon mal ruhe das heißt ich brauche jetzt wieder eine normale insel ach kann das sein dass das ding hier nur arbeitet wenn der fahrt ich weiß noch nicht welche blaue farbe da raus bekomme gut egal tschüss du schiff ok wir fahren jetzt natürlich seitwärts was nicht so gut ist aber wir können ja das oder bauen wenn wir können das war eine logik gut okay das bringt nichts ja das ist ja gigantisch also essen jede menge so es wird jetzt wieder dunkel bis aussieht dann schaue ich mir jetzt mal an ähm muss ich die erst noch freischalten ne baupläne gefunden hab doch da ist das lenkrad kann ich schon lernen entsafter trinkglas recycler motor motor ok ah das wurde habe ich doch gesehen da und den motor habe ich gesehen schrott metallbahn seil scharnier und bolzen wir brauchen einiges an metall waren um das ding hier zu bauen hier wahrscheinlich auch ja da werden wir einiges brauchen ich glaube dass ich für das ganze sicher anzutreiben mit einem motor nicht ganz hinkommen so aber nichtsdestotrotz mach das hier mal an batterie ist noch gut und ich guck mal in mein inventar da stand 6 3 3 8 so so moment wie das hier nochmal so 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 gut die wäre dann auf der rechten seite haben wir gerade nicht hin ist aber nicht so tragisch denn ich möchte jetzt sowieso erst mal die mühe beruht mal ein ja gut ja ich habe immer noch eine lampe ich glaube die ist jetzt ja die ist durch gut so dann ich brauche noch kisten ich komme nicht drumherum was macht das denn hier hier ist noch heik aber das sind doch die sag mal das war hier raus kann das da rein hinsel auch mal da rein so den werde ich mal gleich einen recycler was macht der muss ich mir noch angucken den schmeißen weg schott auch ich wieder es ist also ich wollte ja gucken das sei klar perfekt für saft ja okay topf entzafter kunststoff glibber das klar ist auch klar da war doch irgendwas mit recycler netzwerfer herring und brasse war das noch mal ja recycler kombiniert grundlegende ressourcen zu handels posten währung ja also ich brauche definitiv metall bauen ich habe noch 12 ich habe noch 12 jetzt mache ich mal zunächst den bogen weg steinkram krimskrams krimskrams ich muss kisten bauen den nehmen wir mal mit runter pfeil und bogen darüber da ist noch mehr essen behalten wir am mann getränke haben wir ja auch so genau ja gehen wir mal sammeln ich darf dich schnell aufpasst nicht drücken die dann läuft er nämlich langsam wo bist du so haben wir repariert eine gute planke verkehrt und macht nichts so da haben wir ja schon wieder hell hier kommt einiges ok jetzt kann man die farbe aufnehmen das geht nur beim fahren das blaue der farbe der färber jetzt habe ich das gerafft ok hat ein bisschen gedauert hat ja nicht immer die taste ok so gehen wir erstmal wegräumen blätter schmeißen mal wieder weg und was ist das ach da kann ich dir dafür immer sortieren da kommt mit dem schrott so weiter geht es hier haben wir kunststoff gehabt klanken aber da ich ja gleich noch ein bisschen reparieren muss sobald ich das kenne seil ja ich kann sagen wir fahren doch in die richtige richtung voll rückwärts aber genau in dann sind wir genau im strom da ist so wenig im moment so das denn ok ja stimmt jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt Okay. Erstmal von denen wieder ein paar, davon haben wir im Moment genug, weil es genug hat man nie. Und dann Kartoffeln rüber und Rüben rüber. Schon wieder Hunger. Okay. Gut. Ähm. Ja. Sieben Schrott, wo kommt der? Der war in den Sachen da drin, ne? So. Nein. Das war nicht so geplant. Das hier hin, das hier hin. Da kommen wir, sagen wir mal, wieder Blätter. Gemischte Kiste. So. Okay. Plastik. Wir haben noch ein Stone. Gut. Und. Ne. Das wollte ich. Okay. Haben wir noch eine Rübe? Ne. Nicht wegwerfen. Mal ein bisschen zu bekochen. Da haben wir jetzt sieben Kartoffeln mitgenommen. Wollte ich doch gar nicht. Na klar. Ich weiß nicht, warum mir die Zeit so wegläuft hier. Bei den Spielen. Ist das normal? So. Natürlich brauche ich dann auch wieder. Oh. Habe ich noch ein paar. Okay. So. Aber ich muss hier mit Sicherheit Planke nachlegen. Ja. Mit den Pflanzen hier drunter. Das ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Die sind voll. Ja. Okay. So. Was ich machen wollte, war eine Angel bauen. Ich muss fischen. Damit ich schon mal gleich wieder. Ne. Ich nehme die, weil das ist ganz praktisch. Weil. Ich habe immer so lange gefischen, bis die durch ist. So. Das machen wir noch zusammen. Und dann switche ich in die nächste Folge. Beziehungsweise werde ich morgen eventuell wieder aufnehmen. Dann aber jemand nicht. So. Ein guter Fisch. Ja. War schon eine schwere Geburt die Kugel da zu finden. Eieiei. Aber war schon gut gemacht. Und vor allem der Vorteil ist, wir haben jede Menge Fleisch mit. Mitbekommen. Das war kein guter Fisch. So. Ausschau halten nach einer Insel. Ich brauche Metall. Ach blöd. Das wollte ich nicht. Ich brauche Metall Dingens. Einmal fürs Schiff zu verstärken und um weiter zu bauen. Jetzt geht's mal für das Schiff. Einmal fürs Schiff. Ich brauche das Schiff zu sein. Ich brauche das Schiff. ich glaube ich muss meine camp spiegeln ich gucke eigentlich die falsche richtung hallo ja das typisch oberfalsche taste gedrückt und dann geht nichts mehr panik panik jetzt habe ich noch nichts zu bauen ich habe noch keine insel ja dann haben wir noch und dann hoch geht das scheint aber zu gehen ja geht sogar zwei sehr gut perfekt so einmal und den halb kaputten haken den bräuchten nicht mehr aufheben ich behalte so ich glaube die suppe ist fertig thomas immer gleich rein das ist richtig gut so einfach und also mit verstärkung hier vorne das ist schon mal sehr gut da haben wir schon mal auf dem hals so und der nächsten insel werden dann auch wieder blumen sammeln ok da war's ok plastik das sieht jetzt auch wieder gut aus hier ja da haben wir auch noch genug ja dann braat noch ein bisschen fleisch immer eine gute suppe es gibt ja immer was zu tun einfach lustiges spiel muss ich schon sagen da kann der knall das mal rein und dem zeugs haben wir ja genug aber ich muss natürlich auch gucken ich brauche dafür natürlich auch ton wegen den tonschalen sagen habe ich doch hier die kartoffel genau genau so Untertitelung des ZDF, 2020 Schmeiß ich es auch mal weg. Also weg ist er ja noch nicht, aber zumindest mal aus den Füßen. Oh, ich habe ja noch Bolzen und Scharniere hier. Deiner. Ein bisschen auf Vorrat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt normale Inseln. Äh, okay. Die sieht mir schon mal sehr groß aus. Und direkt den Anker werfen. Aber nicht so weit. Entfernung zum Vogel, da ist mit Sicherheit einer. Die ist schon mal schön groß. Schwerpunkt natürlich Eisen. Kupfer brauchen wir jetzt auch wieder mittlerweile. Gut. Ja, ja, ja. Nicht mehr lange. Und? Ja. Entfernung. Ja. ja hatte ich doch zufall entdeckt dieses ja dachte ich probiere mal alles aus aber ich muss dazu sagen dass ich umprobiert habe und ich glaube drei welse verheizt habe so planken das sieht jetzt im moment wieder sehr gut aus problem ist nur wenn ich jetzt natürlich die ganze suppe futtere 37 minuten ich bin ja völlig überzogen bedanke mich fürs zugucken ich wünsche euch noch einen schönen abend oder schönen tag oder was auch immer bis zum nächsten mal euer opa gamer ciao